Dann geben wir ElQuesto mal kurz ab. Oh, hallo, Emily. Wegen der Aufgabe. Hat sich der Geist jetzt Kätzchen beruhigt? Ja, der Thunfisch wurde geliefert. Dieser Frechdachs hat keinen Thunfisch verdient. Ich hoffe, es ist alles gut gelaufen. Das kann man so sagen. Das Kätzchen hat nicht gerade das beste Temperament. Ja, das war er. Aber sein Frauchen liebt ihn einfach zu sehr. Das nennt man auch Missbrauch. Das nennt man auch Missbrauch. Wie dem auch sei, du hast eine alte Dame von der Albträume bewahrt. Und einmal in der Woche einen Thunfisch zu machen, ist viel einfacher, als Reinigungsrituale durchzuführen. Okay. Ganz ehrlich. Hallo, Emily. Braucht ihr Hilfe? Nein, okay. Warum mache ich das? Also, ich bekomme da Pionie was. Ich bekomme keine Erfahrung. Ich bekomme keine Belohnung. Ich bekomme nichts. Nichts bekomme ich. Äh, okay. Äh, achso. Hast du gerade Zeit? Verdammt, ich bin so blöd. Ich hab zu... Nee. Da gibt's nichts, was ich nicht aufschieben könnte. Heute Abend ist ein Konzert im Rockclub. Willst du die hübsche Freundin sein? Ich dachte, Mädchen nehmen nur hässliche Freundinnen mit. Tja, was soll ich sagen? Ich hab halt nur hübsche Freundinnen. Also, bist du dabei oder nicht? Na klar bin ich dabei. Ein Rockclub. Das rockt. Das ist die richtige Einstellung. Ich hol dich dann um 17 Uhr ab. Nein! Zieh dir fest das Schuhwerk an. Dann lassen wir es ordentlich krachen. Bis später. Tschüss. Ah, okay. Es geht einfach so voran. Du siehst... Ich seh aus wie sonst auch immer. Nein, nein. In deinen Augen hat sich irgendwas verändert. Ist das der Funke der Freiheit? Okay, bist du bereit, die Zeit deines Lebens zu haben? Ich bin bereit, die Tanzfläche zu zerfetzen. Mädel, du bist der reine Wahnsinn. Okay, dann lass uns Spaß haben. Und wie gefällt dir Blumentown? Abgesehen von den ganzen Dämonen und so, ist es eine wirklich schöne Stadt. Da hast du recht. Blumentown kann gewöhnungsbedürftig sein. Aber du kannst trotzdem Spaß haben, wenn du weißt, wo du ihn findest. Die Eisenbahn allein ist es schon wert. Sollen wir nächstes Mal dahin gehen? Na klar, mit dir auf jeden Fall. Danke für dein Vertrauen. Du wirst bestimmt nicht bereuen. Dein Bruder ist so komisch. Das ist noch untertrieben. Er ist so leicht zu ärgern. Äh, ist zu ärgern. Ob ich in seinem Alter auch so war? Ich bin vermutlich immer noch so. Ich hab immer noch nicht gelernt, für mich selbst einzustehen. Und... Hey, was ist los? Weißt du, ich denke, du bist unklau... Hatschi! Nö. Es ist all... Hatschi! Bist du allergisch? Ja, gegen Lindenpollen. Verdammt. Ich hab den Frühling kaum erlebt. Überlebt. Erlebt. Überlebt. Also, was machen wir jetzt? Woran redest du? Verbrauch-Konzert. Ach, was soll's? Gehen wir trotzdem. Allergien sind... Hatschi! Bist du sicher? Ich bin nicht, dass du nachher in einem Krankenwagen weggebracht wirst. Ja, ich bin mir sicher. Meine Mutter kannte jemanden, der fast an allergischem Schock gestorben wäre. Da gab es so richtig Klagen und so. Brutal. Ja, Mama macht... ... mir mit diesen Geschichten Angst, seitdem ich ein Baby bin. Oh nein. Das... ... habe ich gar nicht gemeint. Ich meine, es ist ja niemand hier. Vielleicht kommen später noch mehr Leute? Ja, seid ihr bereit, Blumtown? Blumtown! Ja! Um Klo aus, geil! Woo! Willkommen auf der Bühne! Rock'n'Rocket! Warum steht Coyote hier hinten, wenn es die Rock'n'Rocket sind? Okay, es war... ... nicht... ... Atembaron. Wie, fühlst du dich? Mir geht's gut. Ich muss mich nur von diesem verdammten Linden fernhalten. Morgen bin ich so gut wie neu. Übertreib's nicht. Ich glaube nicht, dass Dämonen für ihre Geduld bekannt sind. Da hast du recht. Und wie hat dir der Abend gefallen? Das Konzert war cool, aber ich habe mir echt die ganze Zeit Sorgen um dich gemacht. Ach komm schon. Es sind doch nur Allergien. Okay, bis später. Baby einfach. Neue Fähigkeit. Ramona hat eine Chance, 30% keine SP für einen Zauber auszugeben. Oh, cool. Ich sollte das mit allen machen. Kann ich eigentlich mit meinem Bruder genauso raiden? Wie spät haben wir das eigentlich? Das hätte ich schon viel früher machen sollen. Ich habe es bloß nicht verstanden. Chester! Ja, was ist denn? Komm mal. Ah, es ist bestimmt auch zu spät war. Reden? Denkst du immer noch, dass Papa ausgezogen ist? Emily, hör auf mit, meine Gedanken zu lesen. Ich und Papa wollten Fischen das Sprechen beibringen, damit wir hier die Geheimnisse des Ozeanschätze erfahren und reich werden konnten. Das war ein guter Plan. Er ist nett. Ich wünschte, er kämen wir zurück. Ich auch. Ja, rumhängen? Sollen wir das zusammen machen, Brüderchen? Ich habe Zeit, wenn ich gerade Zeit habe. Bist du sicher, dass du nicht beschäftigt bist? Was redest du da? Ich bin frisch wie der junge Frühling. Verdammt, es ist schon spät. Cooper ist bestimmt schon sauer. Lass uns morgen was machen. Okay, dann machen wir es morgen. So, dann werden wir jetzt schlafen. Was ist denn mit meiner Leertaste los? It doesn't work as I wanted it to be. Ähm, so, Chester. Ich komme übrigens nur darauf, das zu machen, weil ich in den Augenschapfen rumgestöbert habe. Und da ist genau das erwähnt. Was ist denn los? Äh, herumhängen? Sollen wir das zusammen machen, Brüder? Ich habe kein Seher. Was redest du da? Ich bin frisch wie der junge Frühling. Richtigerweise brauche ich gerade einen Partner für eine sehr geile Mission. Chester, können wir nicht einfach nur mal spazieren gehen? Lass uns ein paar Hotdogs essen gehen, in den Stadtbrunnen spucken oder so. Bitte, ich brauche wirklich Hilfe. Es gibt einfach keine Pausen für Schurken. Heißt das Ja? Das verstehe ich als ein Ja. Oh, im Himmelswillen. Okay, das ist ein Ja. Wohin gehen wir? Wir brauchen etwas Farbe. Äh, und Schablonenpapier. Scheint so, als ob du dich in letzter Zeit zu allen Arten der bildenden Kunst hingezogen fühlst. Richtig. Oh, Großmeister Chester, bitte ehre deine erbärmliche Dienerin mit einem Hauch deiner Aufmerksamkeit. Wohin? Oh, sag. Sollen wir unsere Schritte lenken? Zu Sir Lovelies Marktstand, getreue Knappin. Ha, du hast Glück, dass ich auf der gleichen Wellenlänge wie du bin. Emily Chester, wie schön euch zu sehen. Was führt euch? Weiß die Stimme mal nicht. Äh, heute hierher. Oh, die Kunst. Oh, interessant. Welche Vorräte braucht ihr für eure künstlerische Vision? Zwei Rollen dickes A3-Papier und vier Dosen mit Farbe. Okay, verstehe. Das macht dann insgesamt 75 Cent. Danke, Junges. Fräulein sind eure Vorräte. Hier sind eure Vorräte wahrscheinlich, ja. Ich will es gar nicht wissen. Also, junger Caravaggio, kannst du mir endlich sagen, wozu wir die Farbe brauchen? In Ordnung. Du weißt doch, dass ich gerne an verlassene Orte gehe, oder? Klar doch. Also, ich habe vor kurzem eine verlassene Hühnerfarm gefunden. Und während ich mich umschaute, sah mich einer von Butch's Jungs. Butch's Jungs? Jo. Weißt schon. Sie hängen zusammen ab und machen alle möglichen coolen Sachen. Zum Beispiel, wie eine Gang meinst du? Ähm, das kann man wohl sagen. Aber sie sind wirklich cool. Ich würde gerne was mit ihnen machen. Okay, aber was hat dann die Farbe damit zu tun? Ah, wir beschwunden jetzt das Denkmal, wa? Naja, das ist so ein Test, um ihrer Gang beizutreten. Sollen wir etwa Kirchendecken streichen? Hm, wir malen ein Polizeiauto an. What? Auf gar keinen Fall. Chester, konntest du dich nur auf sowas einlassen? Dass die Polizei mit dir anlegst. Was ist, wenn wir erwischt werden? Das werden wir nicht. Mich kann niemand erwischen. Sie sind es nicht wert. Sie sind nur ein Haufen dummer Möchtegern-Gangster. Was soll der Quatsch? Da muss ein Test bestehen, um mit jemandem befreundet zu sein? Emily, du verstehst das nicht. Das ist Männerfreundschaft. So werden Männer zu Freunden. Denk nicht mal dran. Damit will ich nichts zu tun haben. Ja, komm. Na gut, ich helfe dir, aber sag nachher nicht. Ich hätte dich nicht gewarnt. Yeah. Ich wusste, dass du mir hilfst. Hier ist eine Schere. Schneid eine Schablone aus. So, wenn das nicht Mumm gibt. Sehr gut. Allein, also nur deswegen habe ich es gemacht, um Mumm zu leveln. What? Frogs? Oh Gott. Verrückt. Dieser Urlaub ist der Hammer. Chester, ich hoffe wirklich, dass sowas nicht nochmal passiert. Oh Gott. Das war so unverantwortlich. Außerdem machen mir deine neuen Freunde Sorgen. Sie haben dich bereits angestimmt, mit dem Polizeiauto zu bemalen. Was kommt als nächstes? Wenn sie dir sagen, dass du Butch deine Niere spenden sollst? Du machst dir zu viele Gedanken. Es wird schon alles gut gehen. Okay, ich muss jetzt los. Raffini, Chester hat eine doppelte Chance, einem Angriff auszuweichen. Yo. Ich hätte das viel früher machen sollen. Ich mache das jetzt hintereinander weg. Uff, tolle Idee. Äh... Oh, danke. Nein, nicht so wichtig, keine Sorge. Emily, ich glaube, es ist an der Zeit, dass ich dir erkläre. Nein, dass ich dir die Wahrheit zeige. Emily, ich glaube, es ist an der Zeit, dass ich dir die Wahrheit erzähle. Nein, dass ich sie dir zeige. Lass uns gemeinsam ein altes Haus besuchen. Endlich, Schluss mit dem ganzen Gewinnsel. Natürlich, Hugo, ich bin bereit. Wenn wir jetzt gehen, ich bin dabei. Wow. Das ist das Zuhause meines ersten guten Frauchens. Louise. Erstes gutes Frauchen? Genau. Louise war ein wunderbares Mädchen. Was ist mit ihr geschehen? Fragen wir sie doch. Hugo, ich verstehe nicht. Das wirst du noch früh genug. Das wirst du noch früh genug erfahren wahrscheinlich. Wir sollten damit beginnen, uns zu erden. Was? Stell dir den hellen goldenen Strahl vor, der aus dem Zentrum deines Körpers herausstrahlt. Warum mache ich das? Damit du nicht umgehauen wirst. Okay. Louise. Wer ist dein guter kleiner Hund? Äh, wer ist dein guter kleiner Hund? Ich bin jetzt ein großer Hund. Ein guter sogar, Louise. Und zwar schon eine ganze Weile. Oh Gott. Sie ist ein Geist, oder? Schon wieder ein Geist? Nicht wirklich. Sie ist nur eine Reflexion ihres früheren Ichs. Hier an diesem Ort ist der Schleier zwischen unserer Welt und der Unterseite so dünn, wie er nur sein kann. Das ist nicht die echte Louise. Und es ist nicht ihr Geist. Es ist nur eine verblasste Kopie ihres echten Bildes. Was mit ihr geschehen? Finden wir es da raus. Nur zu, frag sie etwas. Hab keine Angst. Louise, wie bist du gestorben? Ich hab diese friedliche Welt friedlich verlassen. Meine Haut war von Falten durchzogen. Ich war umgeben von den Kindern meiner Kinder. Gott sei Dank. Was? Moment mal. Sie ist gestorben? Weil sie alt war? Ja. Ist das eine Zeitschleife? Ich hab davon in Chessas Comics gelesen. Was ist eine Zeitschleife? Ich bin müde. Sag ihr, dass sie gehen kann. Du kannst jetzt gehen, Louise. Vince, nimm meinen Platz ein. Ich freu mich schon, ihn wiederzusehen. Wer ist Vince? Hugo, wo hast du denn so lange gesteckt? Ach, egal. Ich kann dir einfach nicht böse sein, mein Junge. Er ist auch nicht mehr am Leben, oder? Richtig. Wie viele Herrchen und Faulchen hattest du? 13. Du musst ein echter Problemhund gewesen sein, wenn du so oft den Besitzer gewechselt hast. Äh, und wie viele von ihnen hast du überlebt? 11. Zwei andere haben mich ausgesetzt. Ich hab nie erfahren, was mit ihnen passiert ist. Wie kann man einen so hübsches, guten Jungen wie dich im Stich lassen? Hübschen, guten Jungen. Die Geschmäcker sind wohl verschieden, nicht wahr? Also, die Geschmäcker sind wohl verschieden, nicht wahr, Vince? Also geht es hier um dich? Wie lange lebst du schon? Lang genug, um nicht mehr zu zählen. Mit Hundejahren? Hundejahre. Menschenjahre. In meinem Fall macht man noch keinen Unterschied. Wie ich sehe, bist du in guten Händen, Hugo. Da hast du recht, Vincent. Geh in Frieden und mach dir keine Sorgen. Nun, jetzt hast du alles gesehen. Hugo, warum konnte Luis nicht direkt mit dir reden, aber Vince schon? Ich suche schon sehr lange nach der Antwort auf diese Frage. Ich wollte nur, dass hat was damit zu tun, dass Luis ein glückliches Leben geführt hat und Vince mit dunklen Mächten zu tun hatte. Verdammt. Du bist ein kluges Mädchen, Emily. Vielleicht findest du es ja heraus. Ich glaube, das sind genug Geschichten für heute. Wurde ich auch, oder? Du hast zu tun, was du zu tun hast. Das ist deine Entscheidung. Ein Warnschlag. Wenn ein Dämonangriff Hugo verfehlt, erwidert er mit einem Gegenangriff. Nice. Aber wir sind noch nicht am Ende. Weil sonst hätte ich eine Errungenschaft bekommen. Vielleicht später zum Beispiel morgen. Okay. Ähm, mit Dings hatten wir schon zu tun. Dann gehen wir mal zu Rummy. Ach, scheiße. Ich muss gießen. Ich mach das nach Ramona. Da wird eh wieder Zeit ins Land gehen. Hüpf, hüpf, hüpf und lauf, lauf, lauf. Wir sind bei Ramonas Haus. Da ist er. Hallo. Herumhängen. Vielleicht können wir da mal... Was, was, was? Bist du sicher? Ja, ja, ja. Es gibt nichts, was ich auch nicht aufstehen möchte. Ich hab, äh, grad eine Packung Knallfrische von Prank gestohlen. Äh, ich kapier's nicht. Was gibt's da, äh, was gibt es da zu kapieren? Die kleinen Dinger, die Bumm machen. Er hat sie von irgendwelchen Jungs beschlagnahmt. Sie zündeten in... Sie in Geschäften an und erschreckten alte Damen. Nein. Was ich nicht kapiere, ist, warum jagen wir sie nicht in diesem Moment schon hoch? Bingo. Lass uns in den Wald gehen. Hier könnten wir das nicht machen. Sie wären zu laut. Ah ja, hier hinten. Bei der alten Villa. Oder beim Bahnhaus wahrscheinlich. Ja. Der verlassene Bahnhof ist hier in der Nähe. Die Brücke ist auch ganz in der Nähe. Ist sie... Auch heruntergekommen? Na klar. Das ist der natürliche Zustand aller unserer Gebäude. Aber das ist... In Blumenthal... Äh, das ist der Blumenthaltscharme. Komm schon, so schlimm ist das hier nicht. Die Bücherei... Äh, Bücherei. Bücherei ist in Ordnung. Das liegt daran, dass die Bibliothekarin die ganze Arbeit macht. Die Stadt tut überhaupt nichts. Das sagt Frank auch. Und die anderen alten Leute. Klingt so, als ob sie reden, aber nichts tun. Die Gebäude sehen aus, als wäre Godzilla da durchgestampft. Mir ist aufgefallen, dass Frank ziemlich streng mit dir ist. Gibt es irgendwas, das du auch tun darfst? Hm. Ich darf meine Hausaufgaben machen. Die Wald... Die Wand anschauen und um meine Mutter trauern. Verdammt. Keine Sorge, so schwer ist es nicht mehr. Es ist lange her. Willst du... Nee, reden wir über was anderes. Wo waren wir noch? Was du hier draußen in der Wildnis machst? Ja, von Frank angeschrien zu werden, mich aus dem Haus zu schleichen und von Gitarren zu träumen. Oh, spielst du Gitarre? Ja, Musik ist mein Lebensinhalt. Was für Musik hörst du? Momentan Bob Dylan hat mich umgehauen. Was hältst du von seiner Musik? Ähm... Wenige Angehörer werden wir noch nicht an. Äh... Hab... Ich hab sie mir nicht angehört, aber ich vertraue deinem Geschmack. Ich glaube, das ist die Zukunft der Musik. Finde ich auch. Rock'n'Roll. Bist du legal hier? Was? Nein, ich bin illegaler Einwanderer. Ah, Verbrecher. Tja. Das Perfekt hat sich unbefugt Zugang zu Franks Haus verschafft. Tja. Bewaffnet und gefährlich. Ich wiederhole. Bewaffnet und gefährlich. Ende. Äh... Jeans abgenutzt. Aber okay. Jacke sehr schick. Rote Haare. Hey. Machst mir... Du machst ja gar nicht mit. Sie werden mich sonst noch finden. Keine Sorge. Ich werde sie aufhalten. Wie gefällt dir die Aussicht? Äh... Das hat was Ästhetisches. Die Ästhetik der Verwüstung. Ja, und das Beste daran ist, dass es friedlich ist. Ich fühle mich irgendwie mit dieser Brücke verbunden. Du verstehst mich wirklich. In Ordnung. Sollen wir los? Ja, finde ich. Äh, finde ich auch. Bereit? Feier frei. Das ist ein Knallfröscher. Erdammt. Ist... Nicht zu hören. Erdammt. All. Ach so. Verdammt. Cool. Jetzt höre ich es so schlecht wie mein Opa. Was? Äh, ich sag dir, jetzt höre ich es so schlecht wie mein Opa. Ah, ich war... Verschwinden wir hier? Ja, gehen wir. Ja. Oh. Verdammt. Genau das habe ich gemeint. Heilig Scheiße. Er spiniert ja wirklich. Hat er bei der Arbeit nichts Besseres zu tun? Glaube mir. Ich habe auf der Arbeit viel Besseres zu tun, als dich in der ganzen Stadt zu suchen. Ich bin nur spazieren gegangen. Nein, du bist in den Wald herumgelaufen und der Wald ist ein Sperrgebiet. Ich war nicht allein. Oh ja, deine Freundin kann dich definitiv verteidigen. Oder Wahnsinnigen. Oder Bären. Oder Wahnsinnigen Bären. Das kann ich wirklich. Gut gemacht, Ramona. Dein Taschengeld wurde gerade gestrichen. Und zwar komplett. Das ist deine eigene Schuld. Und das nächste Mal kommst du mir nicht so leicht davon. Tut mir leid, Emily. Ich gehe nach Hause. Klar, bis später. Das werden wir sehen. Das hängt von deinem Verhalten ab. Ach so. Ich wollte gerade sagen, wieso sollte sie nicht nach Hause können. Aber ob wir uns wiedersehen. Die Kraft der Coolness. Ramona hat eine Chance von 50%. Einen Statuseffekt, der sie zu Beginn ihres Zuges belastet zu negieren. Das finde ich vortrefflich. So, kann ich ernten? Ich kann ernten, oder? Ernten. Wir ernten. Essen. Essen. Und wer denn? Irgendwann vielleicht mal kochen. Nein. Wir ernten noch nicht alles. Wir kommen morgen wieder. Wir gehen aber dann gleich nochmal auf die Unterseite. Und gucken mal, ob wir den Wehrwolf noch bekommen. Damit wir hier der Hauptquest folgen. So, wir gießen auch dies hier. Und werden dann die letzten vier Kohle ernten. Kohls. Kohls, 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 oh Gott, alter, eine Million Kohle. Äh, muss ich die verarbeiten, muss ich die verarbeiten oder kann ich die gleich essen? Ich mag keinen Kohle. Okay. Ich kann sie nicht direkt essen. Was kann ich denn damit machen? Ich fang mal unten an. Ich fang mal unten an. Ein Gemüse-Eintopf. Brauche ich die Tomaten hier? Achso, der hat mich auch geerntet. Stellt 70% HPs wieder her. Alter, what? Zweieinhalb Stunden dauert einer. Das ist krank. Okay. Die Unterseite infiltrieren. Die Unterseite betreten. Weiß nicht, warum meine Leertaste manchmal spinnt. Oder es dauert ein bisschen, bis das Ganze sich aktualisiert hat. So, jetzt bin ich verwirrt, wo ich hin musste. War es hier? Ja, hier war es. Oh Mist. Ist das eine Falle? Hast du einen Stromschlag bekommen? Äh, nein. Bist du auf Stachel getreten? Ich glaube nicht. Ich frage ja nur. Lass sie uns zum Leuchten bringen, wenn das sicher ist. Äh, warum? Ich bin sicher, es gibt einen Grund, warum sie leuchten. Naja, wenn ich jetzt weggehe. Ah, okay. Ich sag mal so, es wäre auch einfacher gewesen, hätten wir uns alle vier hier drum bemüht. Aber ist egal. So, dann kämpfen wir noch mal, Bitchlab. Bin vorbeigelaufen. So, mit neuen Fähigkeiten gehen wir hier rein. Wir vergiften erst mal alles, was geht. Entschuldigung, ich dritte G. So, das ist der erste, der down geht. Oh, okay. Oh, das ist eine böse Eigenschaft. Ja, warum ich das mache? Ich würde gerne hinten die Sängerin fangen. Nein, ach man, diese scheiß geistige Verwirrtheit. Wer hat denn der noch? Der hat noch übelst viel, ne? Ich hätte erst oben den Kollegen da fertig machen sollen, weil der geht mir richtig auf den Sack. So, jetzt haben wir erst mal das mit der geistigen Verwirrtheit. Sehr gut, ich muss ausweichen. Scheiße, ich müsste eigentlich... Am Boden... Ach, das ist doof. Ich will ja eh die hinten kalt machen. So, Lehmung verursacht, das ist mir egal. Weil jetzt versuche ich, die einzufangen. Nein, sag mir nicht, die ist... Ah, okay, die ist nur gegen... Äh, gegen Blitze, gut. Hat jemand benommen, halt noch? Oh, jetzt ist doch noch das Ding abgelaufen, das gibt's doch nicht. Äh, abgelaufen. Hier... Äh, verfehlt, meine ich, ist nicht abgelaufen. Ah, und Direktor, scheiße. Das hat sich gar nicht gelohnt. Dämonenfänger, elf. Hallo? Hallo, Drio?